Das Ziel von Open Ocean ist es, möglichst viele Menschen daran teilhaben zu lassen, dass es möglich ist, surfen zu gehen, auch mit Einschränkungen. Beim Surfen kommt man auf ganz andere Gedanken und das Zeitgefühl ist weg. Es ist einfach nur bereichert und belohnt. Ich finde, der Unfall ist so komisch, das klingt aber irgendwo auch eine Bereicherung. Das wiedergewonnen zu haben, das war einfach mindblown. Das hat mir viel Kraft gegeben und nochmal gezeigt, was Surfen auch anders sein kann. Die Welt ist offener, habe ich das Gefühl für mich jetzt. Ob du das im Stehen machst, im Liegen, mit Brett, ohne Brett, ist vollkommen groß. Es geht nur darum, dass du deine Erfüllung darin findest. Und mir, Lena! Weil das Geschenkata blab 70-30 vorstatten versen. Das ist die Einelzeitung. D St нашlange, erst der eine Erfüllung nicht logeriert?